Mir gefällt das. Hi! Bye! Awww Muhuhu Awww 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 Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu Survival Games. Äh, äh, was? Kein Ender-Kitz? Ähm, ich hab heute meine Ender-Kitz-Folge ja schon freigeschalten und da ich mir so denke, ähm, viele von euch haben sich ja sowieso auch gewünscht, nicht, ähm, also, die wollen jeden Tag Ender-Kitz, aber dazu noch etwas, weil sich die Leute auch einfach denken so, ähm, ja, wir wollen nicht immer nur das Gleiche sehen und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen. Oh, Alter! Wir haben die guten Sachen. Wir haben extremst gute Sachen erwischt. Alter! Das wurde einfach nicht gelootet hier. Loll, guckt euch mal unsere Ausrüstung an hier! Oh, hi! Hallo Schätzle! Oh, tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Was ist mit dir passiert? So! Ich habe jetzt in Facebook die Nachricht gekriegt, sorry! Ich werde versuchen. Okay. Den hier holen wir uns. Und ich verstehe das auch, wenn ihr wollt, dass mal wieder was anderes kommt, weil, zumindest zusätzlich zu Ender-Kitz, weil jeden Tag immer nur das Gleiche ist halt doch nicht so das Wahre. Und das kann ich auch super toll verstehen. Alter! Wir gehen richtig ab, Alter! Wir eskalieren. Schnell was essen hier. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich werde geportet, weil ich jetzt einfach in letzter Zeit so viel Ender-Games gespielt habe. So. Dann den Radar. Und die Pfeile. Und natürlich was zu essen. Und wir haben... Wir haben alles außer Sticks. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Das heißt, da könnte einer von hinten kommen. Okay. Da vorne. Aber ich schmeiße jetzt alles runter, was ich jetzt gerade hier nicht brauche. Und... Ja. Fünf. Fünf. Ähm. Das hier brauche ich nicht. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Aber ich habe Angst, dass jemand kommt. Hier weg und hier weg und hier weg. So. Ähm. Was wir jetzt vielleicht noch brauchen könnten, wären Sticks. Dann könnten wir uns ein Eisenschwert machen. Dann wären wir eigentlich schon supergut. Supergut dabei sogar. Ähm. Hmhmhm. Ich kenne mich hier noch nicht so aus, wo die ganzen Kisten sind. Aber wir werden schon... irgendwie hier zurechtkommen. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe hier glaube ich jemanden gesehen. hier hin. Okay. Hier die Kiste ist leer. Ich packe mal hier das Essen runter, weil dann... habe ich... einfach so meinen Status im Überblick. Dann... gehen wir gleich mal weiter. Oh. 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 Ähm. Ja. Aber ich denke, ich kriege das hin, dass wenn ich vorproduziere, dass ich dann täglich zwei Videos raushauen kann. Also einfach... Ohh. Oh. Da habe ich etwas... Nein, ich habe... Ich bin so dumm. Ich merke gerade eben, dass ich einen besseren Helm haben könnte. Gehabt haben könnte. Aber... Ich habe den Kettenhelm einfach weggeschmissen, aber der da vorne hat meinen Helm. Und das gefällt uns. Gefällt uns das? Mir gefällt das. mein schatz ist tot aber ja jetzt haben wir von dem auch nicht in hellen toll schlau gemacht dass wir den drunter schubsen sehr schlau super super schlau gemacht thomas super 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 nach oben ich gucke hier gerade mal ob ich hier jemanden finde ich renne einfach mal den kompass entlang der wird mir schon den richtigen weg weisen ich muss mal mehr essen ich muss mir das essen gucken so dass er auch der trägt er keinen spieler stimmt was habe ich mir nur gedacht und die teamen ich kann sehen ich kann sie sehen ich kann sie hören so aus 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 geht es geht es jetzt ins haus und dann kann ich für nichts mehr garantieren dann rast sich aus ich gehe doch nicht ins haus der ist nämlich da hinten wo ist er denn ok der ist oben im haus dass man anzünden muss ey leute warum macht man sowas das ist keine ahnung ich finde sowas nicht sehr toll warum wir sind full iron das ist mega geil und wir haben sticks ok leute ok ich meine es ist sehr schlau leute es ist sehr schlau wenn man sowas macht aber ich finde es immer so ein bisschen nervig weil die 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 leute die das machen die kämpfen dann nicht mal ordentlich sondern die die sind nicht einfach nur an ok ich glaube da geht es zum spawn wenn ich mich jetzt nicht täusche alter leute alter dann können wir uns ja ein eisenschwert machen dann sind wir full iron ist das da drüben der spawn oh ja da ist der spawn komm ich schon da rüber komm ich da irgendwie rüber oh ja da ist eine treppe oh das ist eine barbe runde und das obwohl ich naja gut das ist jetzt das zweite mal dass ich versuche aufzunehmen aber das andere da bin ich aufversehen in 64er survival games drin gewesen also von dem ja nicht so schlimm und ja so wir sind da und ich sehe dass da noch jemand am spawn ist verzaubern und den haben wir auch noch kaputt gemacht alter alter der hat tränke für uns das ist super das ist doch super wenn der tränke für uns hat werfbarer trank der direkt heilung und wir haben fünf alter wir machen gerade alles kaputt jetzt habe ich mich noch ganz schnell geheilt weil das musste jetzt einfach sein alter ich ich gehe gerade ex- lol es leckt es leckt es leckt ok so jetzt leckt es hier nicht mehr jetzt mache ich mir hier schnell ein eisenschwert so jetzt haben wir hier ein eisenschwert das eisenschwert kann ich nicht verzaubern oh macht gleich viel schaden wie die achse aber ist es nicht eigentlich so leute dass bei der axt dass die sogar ähm dafür schneller hitten kann ich weiß nämlich nicht da wäre ich sehr froh wenn ihr ohne einen goldenen apfel den radar kommt scheiß auf den radar finden die gegner auch so da ist da ist noch was ich da ist noch zeug dabei dass ich gern haben es ist das deathmatch ok 1 bis 1 so der hat keine chance gegen uns so was los mhm yeah baby guckt uns an alter guckt uns an das ist der das ist das gesicht eines gewinners ich habe gewonnen und das war eine gute runde und wenn euch das video leute wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich wirklich sehr 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 über einen daumen nach oben freuen dass über eine positive bewertung über allgemein eine bewertung über einen daumen nach oben und über konstruktive kritik ist immer 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 gerne gesehen in den kommentaren einfach ja ich habe ich bin gerade glücklich weil die runde so gut verlief was gesagt werden musste wurde gesagt ich werde wie gesagt jetzt versuchen jeden tag zwei videos zu bringen einmal was anderes pvp mäßiges oder auch nicht pvp lasst euch überraschen und jeden tag dann ender kids also bis dahin macht gut